ja mal zu machen ist das ding noch ich würde das ding nach unten die den hut die sache noch oben drauf packen aber okay wenn es nicht geht ja ansonsten du wirst nicht zu groß haben will ich denke wir sind ein bisschen gruselig auch ein bisschen nur du wirst dich aus joanne ist so chill about her art that's cool joanne trusted me to help build her skulpture it's kind of like this yeah i have read about it it's a video game right yes and you can build whatever you want minecraft sonst wir wollen uns hier noch ein bisschen umgucken ich hab' gegrüllt mhm lecker ich hab' immer wieder Bock drauf so richtig grünen lecker grüllfleisch und wen haben wir denn da stanley und alpha und hier am schlusskop ist das ein bisschen kaffee mhm mhm Hm. Das ist die einzige Artur zu kommen. Bekki ist die reale Astronomer in der Familie. Wundere wo sie das bekommen hat. Von ihrer Mutter, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ihr alle kennenzulernen könnt. Das klingt cool, aber wir müssen bald gehen. Wir haben noch ein Weg zu gehen. Technically, ihr seid bereit. Ich verstehe. Du musst trotzdem finden deine Haus. Wir waren Glück, und genug genug, zu finden uns hier. So, warum kamst du hier raus? Weil wir getrennt von Menschen. Dinge verändern. Aber es ist immer gefährlich. Das ist der Ende. Hm. Sean, ich bin fast 60 Jahre alt. Und ich war ein glückliches Mann für 20 Jahre. Bis ich rausgekommen bin. Ich bin nicht meine Familie, für mich in Schock zu sein. Aber ich dachte nicht, dass sie mich auswählen würden. Meine andere Daughters nicht mehr mit mir sprechen. Das ist ein tolles Paar. 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 In deinen Träumen. Ich werde das auf der nächsten Hüte verhalten. Ich werde um dich herum, bevor es zu kalt wird. Danke für das Dessert, Brü. Schön. Ach ja. Menschen. Ich hasse Menschen. In eine weir-hippie-Version. Mensch sind halt... Ach, ist das ... Ja. Ja, dieser Hass, dieses, alles ist halt immer, alles was nicht in deinen Krams passt, ist scheiße, alles muss abgeschafft werden, ist Rassismus, dieser Sexismus, ist Schwulenfeindlichkeit, um es nicht Homophobie zu nennen, ist nämlich keine Angst. Ein Zitat, was, wenn ich sage, nochmal Morgan Freeman zugeschrieben wird, was nicht von ihm ist, aber trotzdem toll. Es ist keine Homophobie, es ist keine Angst, es ist, du bist ein Arschloch. Nein, Homophobie ist wirklich keine Angst, du hast keine Angst vor Schwulen, du bist ein verdammtes Arschloch. Was andere Leute nicht akzeptieren können, mit ihrem Leben. Dass die Menschen es einfach nicht hinkriegen, einander leben zu lassen, das ist so, doch jeder mit seinem, bleib du bei dir, lebe du dein Leben. Ich quatsche gerade. Ich wünsche dir, dass ich so cool und so witzig als diese Leute, wenn ich bin. Du bist ein bisschen zu jung, um mich zu stalken, Mann. Ähm, du weißt, was? Ich habe sie küschen mich den letzten Tag. Es ist ein bisschen witzig. Was zur Hölle? Du bist ein stalker. Mach es weg. Was? Nur weil ich das nicht verstanden habe, das bedeutet, dass ich ein stalker. Lasst doch einfach, lasst, das wollte ich gerade sagen, lasst doch einfach, lebt so wie ihr wollt, lebt euer Leben, so wie ihr das, wie ihr das für nötig haltet, wie ihr das, wie ihr euer Leben leben wollt. Wollt und lasst andere ihr Leben geben, wie sie es wollen. Haltet euch aus dem Scheißnehmen von anderen aus. Haltet euch aus. Denny, es gibt uns Prüfefe. Hey. Hey, dein Käpt'n Spirits ... war großartig. Danke. Ich wünsche mir das zu Chris. Du denkst, dass er uns in der Kirche Lobos kann? Ja. Wir machen es passieren. Instead of Schneemann, wir machen Sandkastels. Wir haben eine französische Küche mit ihnen den anderen Tag gesehen. Stanley ist so ein Technik-Nerd. Ah, die Karin sollte bald wieder zurück. Sie sind zu früh. Was sind das für Geräusche? Ah, das Windrad bewegt sich. Ich glaube, Hippie hat dieses Ort begonnen. Ich beginne zu sehen, warum jetzt. Away, Arizona. Bewohner, Frau, Zeichen. Gründeten 1975. Willkommen in Away. Lass die Vergangenheit heute hinter dir und bleibt für immer hier. Die Gründerschwestern. Ah, großartig. Ah, wo ist das? Jetzt Kevin hier zurückkommt, oder? Wen haben wir da? Ah, Kevin. Ich hätte es damit gebracht. Hey, was geht's? Hey, guten Morgen. Wie geht's, Sean? Wie war die Stadtruppe? Ich liebe diese Strecke. Die Leute sehen uns als ob wir Aliens. Hier kommen die Sandbeamte. Die Strecke zurückkommt. Die Strecke zurückkommt. Die Strecke von Das Kapital. Jolie! Ich wünschte dich. Nächste Mal kommen wir mit uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns gut. Was ist dein Geheimnis? Die Strecke zu sterben. Und die Geheimnis. Oh, genau. Ich kann nicht vergessen. Hey, danke, Angel. Hier. Du bist der Mann, Karen. Bis zum nächsten Mal. Du bist du das? Hey, ja. Also, wie ihr euch gefällt ihr Nacht im Canyon? Es war super. So viele Strecke. So viele Strecke. So quiet. Good call, Karen. Ich weiß, du fielst du das, Stargazer. Glad, dass ihr das gesehen habt. Hi, Mom. Wie war die Stadt? Die Stadt der Stadt zu müssen, aber wir haben etwas für dich. Ich kann mich nicht nur umgucken. Ja, was er sagt. Was ist das gut? Das war echt eine gute... Das war echt eine gute Sache, dass er mal ein bisschen spielen kann. Seine Kraft ein bisschen nicht verstecken muss, wenn er mal ein bisschen... ein bisschen seine Kindheit gelesen kann, ein bisschen spielen kann, ein bisschen seine Kraft auslebt. Das war echt eine gute Influenz, aber unsere Verbindung ist kompliziert. Wir sind Freunde. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich glaube, dass du nie wirklich wissen. Listen, eine Kindheit ist das schwerste Job in der Welt. Ich glaube, es war einfacher. Oh, you didn't tell me you were married. I used to be. She died a few years ago. I'm sorry. Yeah. That's life. But, at least I got an angry stepdaughter in the deal. We were like, oil and water. And she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. But, we eventually made our peace. Anyway, we can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Arthur's gonna freak. Wo nehmen sie ihr Geld her? Für den Startrundverköpfen, oder? Okay. Time out. Oh, my God. I'm gonna melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. Haha. We're not done out here yet. Let's get this food inside, before it melt. No problem. No, Daniel. Du Vordersack. Joanne is so cool. Stanley is so cool. The heat is so cool. Vordersack. The kleine Vordersack. It's too easy, bro. Whatever. Can't help it if I like Taren. Haha. Just be you, I know. I'm just saying. Don't get too cozy here. Ja, auch wenn's, auch wenn's gut für ihn ist, mal seine Fähigkeiten auszuprobieren und mal hier ein bisschen spielen zu können und ein bisschen mal nicht verstecken zu müssen. Ich denke, naja, trotzdem sollten wir gerade, gerade Sean in seiner Rolle als Ersatzvater hier für ihn irgendwie. Und was weiß ich so, dass wir ihn nicht zu sehr ausnutzen, das wollen wir nicht sagen, das wollen wir mal ein bisschen, hol mir die Dose, hol mir das und das, das sollten wir mal ein bisschen zurückstecken. Oder ganz zurückstecken. Ja, ich glaube. Du bist hier über einen Monat jetzt. Was denkst du von unserer kleinen Oasis? Was denkst du? Was denkst du? Es ist so peaceful out hier. Ich glaube, das ist das, was alle wirklich suchen. Peace. Du bist wahrscheinlich richtig. Ja, ich fühle mich noch nicht wirklich, dass wir wirklich privilegiert sind hier. Es gibt so viele Schüsse, in diesem Desert. Ja. Ich glaube, dass du nie wirklich wirklich kannst du von alles auszuprobieren kannst. Du kannst nicht die Realität nicht. Selbst hier. Wir leben einfach ein bisschen entfernt von es. So, wie warst du hier? Das ist doch gerade. Ich weiß nicht, aber... ...hier Name ist noch immer geschrieben in diesem Ort. Also, danke für uns hierher bringen. Oh, Sean. Ich bin froh, dass ich dich helfen konnte. Ich bin froh, dass ich dich helfen kann. Ich bin froh, dass ich dich helfen kann. Ich bin froh, dass wir alle reden können. Ich bin froh, dass wir alle reden können. Ich bin froh, dass wir alle reden können. Ist alles okay? Ja. Ich dachte, wir könnten diesen Tag zusammen spenden. Nur die drei von uns. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Das ist gerade das Tolle. Wir brauchen dich bei Karen's Trailer. Copy? Ich will was sagen hier. Das ist gerade das Tolle, dass diese Stadt, dieser Autostadt, dieser Schrottheide, nicht auf der Akkarte verzeichnet ist. Das ist gerade das Tolle. Deswegen gibt es hier so einen Frieden und deswegen sind wir hier sicher. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Da hinten. Wo ich noch hin? Darf ich wohl nicht mehr? Ich bin froh, dass ich mich noch nicht mehr überlebt habe. Es war so perfekt. Nah, du brauchst eine gute Nachts sleeper nach all das. Und die Auto ist nur eine halbe Stunde über die Straße. Das Ort macht für eine ziemlich coole Bedienung, doch. Man, ich bin beat. Oh, sorry. Ich habe noch eine letzte Sache zu zeigen, ihr euch. Ich kann nicht genug von diesem Ort. Komm, Daniel. Gib mir deine Hand. Es ist so groß und schön. Und hoppla, runtergefallen. Sssssss. Serious? Wenn wir glücklich sind, ja. Au. Au. Du hast nicht gerade gesagt, du wirst der ist sein. Oh, oh. Ich höre einen Wolf. Es ist besser, dass die Hörer hier draußen sind. Moment, es sind zwei Wölfe. Sieht echt hübsch aus. Ich habe mir gedacht, sie wäre gut, wenn ich gehe mit. Well, nicht, wenn ich mich zu schnell gehen. Ich bin einfach noch ein paar Tage. Läuft. Ich werde mich nicht. Joanne ist wie Sean. Sie machen Kunst, also Sie stoppen zu schauen. Sie sind vielmehr wie ich. Höchst. Ich bin... Ich bin wie du, Daniel. So, wir kommen. Ok, schnell laufen geht jetzt nicht wirklich. Steine laufen. Bisschen in dir blenden von hinten. Bisschen vorbei reinpillen. Hm, nicht schlecht. Hübsche Aussicht. Ok, denn hier steht ein bisschen am Weg. I love to come here to get away from... Away. I bet. It's the best spot. Hm, hm. Hm. It was good to get to know you better. See your life. This place is pretty cool. It's like Ferry Road, but nicer. I got to learn about living in a desert. Hiking canyons, counting stars. You're a natural born explorer. It's hard to believe you two are actually out here with me. I was lucky we had this chance. Just know I love both of you so much. I'm proud of who you are. And we're ready to go. Hmm, what's in it? To Mexico. That would be cool. I would love to come see you settled into a new home. You're almost there. But... I would love to have the right family with you. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. And they'll find us. Well... It's definitely going to be safer if we were to go together. This is it? See you, no, no. We'll leave tomorrow. Can you hand me that bag, Sean? We'll leave tomorrow. We'll leave tomorrow. We'll leave tomorrow. That's why I brought you back here. I made these for the 4th of July. But this is better. Oh! I love those things! Wow! Oh, awesome! Cool. We'll leave tomorrow. Let's fly up the sky. We'll leave tomorrow. Hopefully... Yeah, that's really better. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, honey. How far is the border? Not that far. Maybe five or six hours drive. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too. For what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Mom, we'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Oh, nee. It's not a classic decision. She'll probably say that she'll do it. But holy shit. But... Actually... Actually... I think it'll happen. I'm not sure... I'm not sure.... Actually... I'm not sure... I should say... No, thank you, thank you. We couldn't do it. We're going to do it differently. But we're not sure... egal was wir sagen und was haben wir für andere Alternativen wie sollen wir an der wahrscheinlich von stark von Blitzesten wachten Grenze irgendwie rüberkommen wie sollen wir das schaffen wie sollen wir das schaffen wenn sie da nicht für Ablenkung gesorgt wie haben wir da irgendeine Chance das wird mir das Spiel wahrscheinlich mit dir übernehmen aber ja was sollen wir was sollen wir anders sie wird nicht lange sitzen für die paar Verbrechen die sie gemacht hat kommt auch bei gutem Verhalten nach einem Jahrchen raus ein paar Jahre ein, zwei Jahre ja das ist das ist das ist du geplantest Daniel de zig οι seattle arizona Ist ja gerade so. Weil wir alles tun und überleben. Sean wird alles tun, um zu leben und Daniel wird alles tun, um zu überleben. Ich hoffe nicht, dass auch sowas ankommt, aber ich denke mal, das ist... Nehmt es mir nicht übel, wenn ich sowas sage, aber... Im Zweifelsfall, wenn es ums nackt Überleben geht, wenn es darum geht, ihr kommt nicht zu zweit über die Grenze. Das ist... Ihr kommt nur... Wenn es dann wieder so eine Mikroentscheidung gibt... Ich bin schon darauf vorbereitet, wenn es schon so eine Mikroentscheidung gibt... Daniel oder Sean und ich Sean spielen, das ist... Ich werde keine Sekunde zögern, Daniel als menschliches Schutzschutz zu nehmen. Das ist... Versteht ihr, das ist... Mir tut das ja jetzt schon leid, das auszusprechen, aber... Versteht ihr, was ich meine, wenn es ums nackte Überleben geht? Jeder würde dort... In dieser Situation so entscheiden. 20km raten aten auf charts